1 3 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 2, 3 Das ist das Werk eines Meisters. Und noch einmal. Dann werden wir ihn mal hier ein bisschen zeigen, der da braucht es. Aber leider werden er nur ab und ich mach ihn nicht. Irgendwie hab ich noch nicht ganz den Rhythmus verraut. Habe ich auch nie benutzt. Und so, meine Schüler, sollte ein Mann kämpfen. So sollte ein Mann kämpfen, genau. Was ich schon gucken wollte, kann ich immer noch nicht gucken, oder? Voll verlassen. Ihr seid beschäftigt. Jetzt kann ich jetzt gucken, oder? So, jetzt dürft ihr mir kurz dabei zugucken. Ich mal eben ganz kurz die Grafiken ein bisschen höher stelle. So, das sieht schon besser aus. Dann los, ab nach Damasko. Haltet eure Klinge nicht einfach. Also wir haben jetzt nichts. Wir haben jetzt ein Schwert bekommen. Und unsere versteckte Klinge. Das war's. Wir können abwehren. Was wir aber nicht mal mehr können, ist kontern. Wir können keine Angriffe kontern. Und das nervt mich persönlich am meisten. Aber gut. Wir machen's Beste draus. Oder echt zumindest. Und dann wollen wir mal schauen. So. Ach, da bin ich weg. So. Dann müssen wir mal zum Anfang der Stadt. Geht's mir doch auf den Weg, man. So, hier geht's raus. Es sieht aus als würde er gegen ja. Macht ihr das? Ach, ihr sitzt. Und ihr seid? Ach, das ist die. Gut, welche verdienen wir denn? Eins, zwei, drei, eins. Ein zu schwarz. So. Und ab nach Damasko. Rein theoretisch könnten wir auf dem Weg schon ein paar Aussichtspunkte mitnehmen. Aber, da ich ihn gegen den Konten noch nicht so beherrsche, weil ich ihn noch nicht darf, werde ich jetzt einfach nur erstmal durchlaufen. Einfach nur durchlaufen. Einfach ein bisschen durchrassen. Wir sind ja schnell genug. Und dann für den Aussichtspunkten, weil wir wollen ja wieder das Spiel hundertprozentig komplett haben. Das für den Aussichtspunkten machen wir dann später. Ja. So, ab in die Berge. Das Kurzschwert ist am besten geeignet, schnell mehrere Gegner abzuwehren. Okay. Guckt euch diese Landschaft an. So ein älteres Spiel sieht trotzdem gut aus. going. Also, da sollte es keinen Ärger, wir haben, hier ist ein Auflichspunkt. Den nehmen wir aber dieses Mal, müssen wir den mitnehmen? Wir müssen. Wir müssen. Gucke. Gut, dann werden wir ihn mitnehmen. Dann müssen wir ihn mitnehmen. Dann müssen wir ihn mitnehmen. Dann werden wir ihn mitnehmen. Dann müssen wir ihn, dann werden wir ihn mitnehmen. so dann können wir jetzt da hoch dann geht es da nach oben da Prozent der Lerner und ich habe ja auch nicht ewig weiter so weiter und dann schaut euch wunderbare Land Prozent einfach super wo sich sagen wenn ich glaube an jedem Ort ein Verfolgten Königreich und bei jedem Aufrichtspunkt gibt es ein Todesprung die Begründung der Anzeige aktiviert 1 von 15 optionalen Mittelpunkt so die Karte gucken wir müssen jetzt auf jeden Fall nach links und wieder nach links dann los macht tausend Meter seitdem man sich noch ein Meter angezeigt ist, sieht man nur noch eine Karte ich glaube wir sind gerade nicht so beliebt oh nein, wie wollen wir von uns das war schwer, das gezogen und kann keiner was tun so, hier müssen wir hoch ja, nur hör auf zum Blinken so, Karte organisiert ok, super wie gesagt, die Auskunft machen wir später wir wollen jetzt erstmal hier weg und nach Damasko hab ich ganz vergessen, ich glaube wir müssen jetzt wieder aus weiter und dann kommt man irgendwo hin wenn ich mich nicht ganz freute genau so ja, Massaka ja, das ist das Aber ich kann keiner von euch töten, aber ich kann keiner von euch töten. Gleich sind wir da. Gehen wir auf richtig? Ja, zu mir. Doch okay jetzt, maaan. Geht das so weg? Ach, keine Ahnung. Ne, wir brauchen erst ein Versteck. Aber wir brauchen meine Weg auch nicht mehr bekommen. Wir sind so schön unterwegs. Da brauchen wir keine Versteck, ey. Da können wir laufen. Sind auch bald da. Kriegen die Zivilisierung. So. Und da ist das Tor. Wenn sie entdeckt wurden, töten sie einige ihrer Verfolger, um leichter zu entkommen. So. Wir sind da. Wir sind live in Damasko. Da ist sie. Schaut euch das an. Schau mal was, oder? Oh, das tut mir leid. Oh, das tut mir leid. Geil. Da macht es. Unsere, unser erstes Ziel. Um unseren Rang als höchste Assassinie wiederzubekommen. Das war ein Bündnis. Das war ein Bündnis. Ja. Hört auf, bitte! Was macht ihr da? Ihr glaubt einem falschen Gott. wer darf man glauben was man möchte nur ich wollte es mir so nicht gab, hätte ich nicht, dass ich das tolleriere Lass sie ja noch Pistine werden dann sind sie ja noch ein Sieger Pistine er will der Barre Held so, ein Mörder auf freiem Fuß das ist auch eins der Dinge die ich erledigen will so, von da kann ich mich nicht rein dann wollen wir das anders machen weil ich muss mit Gelehrten mitgehen was bringt ihn dazu das zu tun dann gehen wir es mit den Gelehrten mit jetzt sind wir ein Gelehrten ich bin ein Gelehrter so so, meine lieben Waffen, ihr müsst mich nicht durchlassen ich bin ein Gelehrter genau, macht Platz für mich auch ihr Waffen, geht weg von mir so Untertauchungen beenden es ist nicht weise Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen ihr wollt mir nichts Böses, ich weiß aber sei doch aber sei doch ich bin ein Gelehrter wir sind nicht mehr gefehlt das mit da, sie können wir mit aufmachen ja nach dem Weg mit auf dem Weg der die Opfer nicht verwendet werden nur noch der Wurm warum nehmen wir mit dem Leben brauchen doch mal an und wieder und dann doch nur noch nur nur er hat kommen um glaube ich muss gar nicht lang gelaufen das ist kein direktes Ziel ich muss Nachforschung machen, genau ich habe viel im Angebot habt ihr etwas zu sagen? nein ja ich möchte mich kämpfen geht da kommt mir nein nein ich möchte wieder richtig kämpfen hoch hier wir werden jetzt bevor wir nachforschung machen werden wir erstmal alle Aufsichtspunkte holen dann die ganze Nachforschung dann sind sechs Stück und dann ja mal schauen wir machen das was wir können wir machen das was wir können so und synchronisieren und mit dieser Synchronisation verabschiede ich mich hoffe dass ihr mit diesem neuen Let's Play sagen wir erstmal einverstanden seid wünsche euch viel Spaß damit und sage bis zum nächsten Mal tschüss und mit der